Heute bauen wir ein E-Mail-Kontaktformular mit Naxx3 und dem Notemailer-Node-Module. Das Ganze ist ziemlich simpel. Ihr seht hier schon ein ausgefülltes Kontaktformular. Ich kann jetzt hier auf Abschicken drücken. In dem Moment wird das Ganze abgeschickt und auf meinem Server wurde jetzt quasi mithilfe eines kleinen Tools ein Test-E-Mail-Account erstellt und damit direkt auch eine E-Mail versendet. Wir sehen hier, wir haben eine E-Mail versendet mit einer Kontaktanfrage von unserem Server an eine Domain, die wir frei definiert haben. Ihr könnt das mit ziemlich allen E-Mail-Provider nutzen, die es so gibt, also mit Microsoft, Google Mail und so weiter. Und wie das alles funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute gibt es mal wieder etwas für die Erfahrungen unter euch. Und zwar werden wir uns mit Naxx3 beschäftigen und zwar hier ein Kontaktformular bauen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wir nutzen als Formular Submit-Tool quasi Notemailer. Das ist eines der größten Tools, um E-Mails mit Node zu versenden. Das Ganze ist auch nicht wirklich schwer zu verwenden. Und ansonsten werde ich alles Weitere gleich erklären. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's. So und los geht's wie immer mit einer kleinen Erklärung meines Setups. Ihr seht hier in der Seite Visual Studio Code und hier in der Seite Chrome. Außerdem habe ich hier schon quasi eine kleine Instanz meines Codes. Also ich habe Naxx3 aufgesetzt, habe hier schon ein bisschen was hinzugefügt. Einmal habe ich CSS eingebaut, also SCSS mit meinem Standard-Preset-File, wo einfach meine Farbvariable und ein paar andere Inhalte wie Schriften und so definiert sind. Aber hier ist wirklich nichts drin, was für dieses Tutorial auch nur irgendeine Relevanz hat, abgesehen davon, dass da Farben und Schriften definiert werden. Ansonsten die Main-SCSS ist quasi komplett leer. Die Index-View ist auch ebenfalls komplett leer, mehr oder weniger. Die App.View ist quasi einfach das Naxx-Standard-Template, drei Zeilen-Code. Alles, was ihr hier seht, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch verlinkt in einem GitHub-Repository. Ansonsten sehen wir auch in unserem Package-Json, dass wir nicht wirklich viele Dependencies haben. Ihr seht hier, wir haben einmal Naxx und Sass halt hinzugefügt. Und das ist auch der erste Punkt, den wir jetzt erweitern wollen, weil wir nutzen für dieses Tutorial zwei Node-Modules. Und die installieren wir jetzt einmal. Das ist nämlich einmal der Node-Mailer. Und das zweite Modul, was wir installieren wollen, ist nicht der Node-Mailer, sondern der Validator. Die beiden Plugins bzw. Node-Modules installieren wir jetzt einmal. Ihr seht, die sind jetzt beide hier als Dependency aufgeführt. Und woraus machen diese beiden Plugins bzw. Node-Modules? Mehr oder weniger Validator hilft uns dabei, einfach das Formular zu validieren. Also zu sagen, sind alle Felder korrekt ausgeführt, ist es eine wirkliche E-Mail-Adresse, alles nochmal zu sanitisen und so etwas. Wichtiges Feature, müssen wir aber nicht selbst bauen, wird uns quasi komplett geliefert. Das zweite ist, wir wollen E-Mails versenden, dafür nutzen wir Node-Mailer. Ist wohl das eines der verbreitetsten Node-Modules überhaupt, wenn man irgendwie was mit Node und E-Mails zu tun hat. Das ist aber auch schon alles zu unserem Setup. Und jetzt können wir mal loslegen, ein bisschen HTML zu bauen, damit man überhaupt mal ein Input-Formular hat, was man verschicken könnte. So, und los geht's mit unserem eigentlichen kleinen Tutorial. Und ich habe hier die Index-View schon mal aufgemacht. Ihr könnt natürlich, wenn das unter einer anderen Seite bei euch ist, das auch ganz woanders verorten. Aber ich erstelle mir jetzt erstmal ein Formular. Eine Action brauchen wir hier gar nicht, aber hier drin brauche ich eine Div-Box. Diese Div-Box bekommt von mir einfach eine Klasse, nämlich die Klasse Input-Wrapper. Und hier drin haben wir einmal ein Label. Und wir haben neben unserem Label natürlich auch ein Input-Feld. In meinem Fall sage ich hier Type Text. Und Name ist in unserem Fall E-Mail, was aber auch bedeutet, dass wir unseren Type ändern müssen. Und zwar auch zu E-Mail vor E-Mail. Das Ganze können wir so jetzt theoretisch lassen. Damit hätten wir ein E-Mail-Feld definiert. Aber das reicht natürlich nicht. Wir schreiben jetzt hier drüber erstmal noch ein korrektes Label. Nämlich einmal so ein E-Mail quasi. Dann sagen wir, okay, wir müssen hier auch neben unseren Namen noch hinzufügen, dass das required ist. Weil es soll verpflichtend. Du brauchst dir eine E-Mail, um quasi etwas an jemanden zu schicken. Der zweite wichtige Punkt ist, wir wollen das natürlich wie in Viu auch an ein Model binden. Dafür machen wir hier ein Binding, nämlich vmodelform.email. Aber das macht noch gar nichts. Also wir haben ja weder Formen.email, also weder Formen noch E-Mail definiert. Und dafür gehen wir hier runter in unseren Skript-Bereich. Und hier sage ich jetzt, okay, wir erstellen uns einmal Form. Und hier drin handelt es sich um ein Objekt. Und dieses Objekt besteht quasi aus vier leeren Strings. Nämlich einmal Name, E-Mail, Subject und Message. Und damit haben wir jetzt quasi unser Form an unser Input-Feld gebeindet. Und wenn ich jetzt hier quasi einfach das mal ausgebe, sage ich einfach Form, speichere das Ganze ab und tippe hier was rein. Dann seht ihr, wir haben direkt eine reaktive Ausgabe unseres Formulars. Das Ganze können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Aber es reicht natürlich noch nicht, weil wir haben ja nicht nur ein E-Mail-Feld, sondern wir haben ja auch noch zwei weitere Felder. Nämlich einmal haben wir das Feld Name und wir haben das Feld Subject. Die sind beide identisch aufgebaut. Der einzige Unterschied Type ist hier Text. Wenn wir die beiden speichern, haben wir insgesamt drei Felder. Und wir haben natürlich dasselbe auch nochmal mit einem weiteren Feld. Allerdings haben wir hier kein Input-Feld, sondern ein Text-Area-Field, ebenfalls Required. Und natürlich Name, Message statt halt den anderen zwei. Damit haben wir all unsere vier Werte hier zugewiesen und haben jetzt quasi unser komplettes Form gebeindet. Aber wie schicken wir das Formular jetzt ab? Prinzipiell kann View, oder das nutzen wir auch, auf Events hören. Wir sagen also, wenn unser Formular submitted wird, dann wollen wir als erstes aber dafür sorgen, dass unsere Seite nicht neu lädt. Und das machen wir mit Prevent. In dem Moment, wenn es aber submitted wird, wollen wir gerne eine Funktion triggern, in unserem Fall Submit. Außerdem wollen wir hier unsere Form quasi übergeben. Submit haben wir jetzt aber noch nicht definiert. Also wir haben noch keine Submit-Funktion, die irgendwas machen kann. Deswegen gehen wir jetzt mal hier runter und definieren uns hier einfach eine asynchrone Function. Und zwar die Submit-Funktion, die erwartet von uns ein Formular. Und das Erste, was die jetzt einfach macht, ist uns dieses Formular auszugeben. Wir sagen also einfach hier Form. Und in dem Moment haben wir hier schon mal unser Formular, haben eine Funktion, die auf unseren Submit hört, brauchen jetzt aber noch ein Event, was natürlich unser Submit triggert. Und das machen wir ganz einfach. Wir erzeugen uns einen Button. Dieser Button bekommt von uns einen Type. Und der Type ist Submit, also ist unser Submit-Button quasi. Und hier drinnen erzeugen wir uns jetzt zwei Templates. Und zwar einmal ein Template, wie das aussieht, wenn das quasi gerade sendet. Und wie es aussieht, wenn es fertig ist mit Senden. Dafür sage ich Template, wie if, und höre auf quasi eine Variable, nämlich Waiting. Wenn das der Fall ist, wenn diese Variable true ist, dann soll Laden angezeigt werden. Wenn diese Variable false ist, dann soll Abschicken angezeigt werden. Das heißt, wir brauchen auch noch eine weitere reaktive Variable, nämlich Waiting. Die definieren wir uns auch hier unten über Const, Waiting, Ref, False. Also per Default soll das erstmal False sein und damit angezeigt werden, dass man etwas abschicken möchte. Jedes gute Formular hat natürlich Error Handling. Das heißt, man sagt, dass irgendwas bei Erfolg passieren soll. Das heißt, wir brauchen einmal einen Erfolgsstatus und einen Fehlerstatus. Das machen wir auch über zwei neue Variablen, nämlich einmal Errors und Success. Beides ist standardmäßig False. Und hier oben definieren wir uns jetzt natürlich ein P-Tag. Dieser P-Tag hat natürlich einen Text, zum Beispiel, dass etwas schief gelaufen ist. Sagen wir einfach, okay, da lief etwas schief. Und wir haben einen zweiten P-Tag. Und dieser zweite P-Tag sagt, okay, das hat doch geklappt. Alles hat wunderbar funktioniert. Es wurde abgeschickt. Das müssen wir jetzt natürlich noch an unseren Status beenden. Was heißt, das soll angezeigt werden, wenn es Fehler gibt. Und das hier unten soll angezeigt werden, wenn es alles erfolgreich lief. Das speichern wir jetzt so ab. Und ihr seht, die Meldungen sind nicht zu sehen, weil alles hier gerade False ist. Aber wir haben quasi unser komplettes Template reaktiv aufgebaut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein bisschen Styling. Und da springen wir jetzt mal kurz hin. Und zwar haben wir hier schon unseren Style-Block, wo ich jetzt einfach unser Formular ansprechen kann und sagen kann, okay, unser Formular wird maximal 30 RAM weit. Außerdem wollte ich hier Display Flex nutzen, um mit Flex Direction in Column alles untereinander zu schieben. Und dann sage ich noch, ich möchte gerne ein Gap verwenden von einem RAM. Einfach damit zwischen den einzelnen Elementen ein bisschen Platz ist. Wenn ich das jetzt hier abspeichere und das hier einmal aktualisiere, dann sehen wir auch schon, wunderbar ist alles mit ein bisschen anders verschoben alles. Und wir wollen jetzt in unserem Formular unsere Input-Felder stylen. Dafür haben wir uns hier einen Wrapper gemacht, nämlich den Input-Wrapper. Und auch der bekommt von uns jetzt Display Flex und Flex Direction Column. Außerdem eine Weite von 100%. In dem Moment rutscht alles wunderbar untereinander. Das ist schon mal wunderbar. Außerdem haben wir hier drin Label definiert. Unsere Label bekommen einfach von mir nur eine Font-Size. In unserem Fall sage ich einfach mal ein RAM. Dann werden die einfach ein bisschen anders dargestellt. Und wir haben jetzt ein Input und eine Text-Area als Input-Felder ja definiert. Und die bekommen von uns per Default erstmal Border None, dass die Standard-Border verschwindet. Außerdem sage ich hier Border minus Radius 0.5 REM, dass die runde Ecken bekommen. Wir sagen mal, nach oben hin bekommen die 0.2 REM Abstand. Und wir wollen auch unseren Hintergrund ein bisschen anpassen. Also Background, Color, RGBA. Also wir wollen RGB ansprechen mit CI White. Und dann einfach 0.05, also 5% Deckkraft. Damit kriegen die so transparente weiße Flächen. Außerdem einen Innenabstand. Das nennt sich Padding. Sagen wir ein REM in alle Richtungen. Und wenn wir jetzt hier etwas reinschreiben, ist die Schrift aber noch schwarz. Das müssen wir auch noch ändern. Das heißt, wir sagen Color. Also die Schriftfarbe wollen wir gerne verändern. Ebenfalls einfach weiß. Und jetzt haben wir weiße Schrift in unseren Formularfeldern. Das sind jetzt nicht die schönsten Formularfelder, aber sie funktionieren wunderbar, ohne dass es irgendwie Probleme geben sollte. Was ich jetzt natürlich noch ein bisschen erweitern kann, ist, ich kann sagen, okay, unsere Text-Area wird natürlich ein bisschen höher als unsere restlichen Input-Felder. Und wir haben natürlich noch einen Button. Den müssen wir natürlich auch noch definieren. Auch hier Border sagen wir None. Also wir wollen keine hässliche Border haben. Außerdem kopiere ich mich hier oben einmal kurz Padding. Das können wir nämlich auch hier unten setzen. Genauso wie Border Radius können wir auch hier unten setzen. Speichere das alles ab. Dann kriegen wir hier jetzt schon mal einen anderen Button angezeigt eigentlich. Oder auch nicht. Warum nicht? Ah, weil der Button natürlich nicht Teil unseres Input-Wrappers ist. Der muss einen nach unten. Genau. So, jetzt ist unser Button auch gestylt. Wir können jetzt noch sagen, okay, wir geben noch eine andere Farbe. Einmal eine andere Hintergrundfarbe und eine andere Schriftfarbe. Und haben jetzt einen wunderbaren Button. Prinzipiell ist jetzt unser Styling auch schon abgeschlossen. Was wir jetzt machen können, ist natürlich weitergehen und zu überlegen, was wir als nächstes brauchen. In unserem Fall wird das sein, quasi einen API-Request mit unserem Contact zu machen. So, das nächste, was wir machen wollen, ist eine einfache Post-Schnittstelle zu erschaffen. Dazu erschaffen wir uns hier einen neuen Ordner. Diesen müssen wir Server nennen. Und hier drin brauchen wir einen zweiten Ordner. Den nennen wir API. In diesem API-Ordner können wir jetzt einfach sagen, wir haben zum Beispiel Contact.post.js. Und über diese Syntax erschafft Naxx im Hintergrund eine eigene Schnittstelle. Wir haben also über diese Syntax quasi gesagt, wir haben zum Beispiel HTTP, Doppelpunkt. Und dann sagen wir unsere Domain, das ist halt gerade Localhost, Port 3000. Und dann gehen wir in den API-Ordner und hier sagen wir Content. Das heißt, genau diese Schnittstelle haben wir gerade geschaffen, einfach nur indem wir diese Datei angelegt haben. Hier drin können wir jetzt sagen, wir brauchen eine Funktion. Diese Funktion heißt Define Event Händler und erwartet ein Event und ein Response von uns. Und ansonsten können wir hier drin jetzt zwei Sachen definieren. Nämlich einmal muss man immer, wenn man irgendwas macht, so einen Try-Catch definieren. Also einmal Try-Catch und hier drin fangen wir jetzt quasi unseren Error. Und sofern ein Error existiert, erschaffen wir uns mit einer Funktion von Naxx, nämlich SendError. Quasi ein Error, den wir auch übergeben an unsere Nutzer im Frontend, der auch immer diese Schnittstelle aufruft. Übergeben hier unser Event und erstellen uns dann einen neuen Fehler, der einfach nur hingeht und sagt, okay, gib uns den Status-Code 400 zurück, irgendwas hat nicht geklappt. Und eine Status-Message, in unserem Fall den Error. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und müssen jetzt natürlich noch definieren, was passiert, wenn mal etwas erfolgreich geklappt hat. Das machen wir hier über Return gesendet. Das speichere ich jetzt ab und kann hier den ThunderClient aufrufen. Habe hier mir eine Schnittstelle schon vorbereitet. Sage jetzt, okay, starten wir mal unseren Dev-Server mit npm-run-dev. Und in dem Moment, wenn ich das getan habe, sehen wir, es läuft alles. Auf Send drücken und das Ganze wird abgeschickt. Ich habe ja hier schon vorbereitet, ich greife quasi auf die Domain zu, die ich gerade erklärt habe und habe hier auch schon Body definiert. Und das Ganze läuft über Post und unsere Schnittstelle funktioniert also. Was uns jetzt dazu führt, dass wir unser eigentlicher Notemailer einbauen können, um wirklich E-Mails versenden zu können. So, bevor wir aber loslegen können, wirklich E-Mails zu verschicken. Ihr werdet wahrscheinlich irgendeine reale E-Mail-Adresse haben, aber vor allem für die Entwicklung von so etwas, wenn man vielleicht noch gar keine E-Mail-Adresse hat, ist Eternal wirklich richtig praktisch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, es kostet nichts. Ihr könnt hier nämlich Fake-E-Mail-Adressen erstellen mit Create-E-Mail-Account. Und in dem Moment habe ich einen neuen Account erstellt. Das war alles, was ich getan habe. Hier sieht man jetzt unsere Notemailer-Konfiguration. Die können wir uns einfach so kopieren quasi und einbauen. Wir modifizieren das gleich ein bisschen. Aber prinzipiell seht ihr hier, wir haben einen Host, wir haben einen Port, wir haben eine Fake-E-Mail-Adresse und wir haben ein Fake-Passwort. Und wir können das später auch abrufen, was für E-Mails wir versenden, ohne dass ihr wirklich einen E-Mail-Server erschaffen müsst. Wie gesagt, für die Entwicklung unfassbar praktisch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir kopieren uns jetzt einfach mal diese vier Zeilen hier raus, beziehungsweise fünf Zeilen hier raus und machen jetzt mal weiter, wie man das Ganze nämlich richtig einsetzt. Weil so sollte man das nicht in seinen Code kopieren. Und zwar wollen wir natürlich verhindern, dass irgendwelche Credentials von uns in unser Repository liegen oder irgendwas anderes nicht stimmt. Oder ich habe zum Beispiel verschiedene E-Mail-Accounts für verschiedene Umgebungen. Und das bringt uns dazu, dass wir hier eine .env-Datei haben, eine Environment-Variablen-Datei quasi. Und hier kopiere ich mir mal kurz die Informationen von unserem Eternal rein und sage, okay, Host ist SMTP Eternal E-Mail. Dann haben wir natürlich einen Nutzer. Dieser Nutzer heißt einfach diese E-Mail-Adresse. Das Passwort ist da drunter. Außerdem haben wir natürlich einen Port und wir haben auch eine quasi Info-E-Mail. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel info-at deinunternehmen.de. Also das ist quasi die E-Mail-Adresse, wo das später hin soll. Die nennen wir Contact-Mail. Das alles können wir jetzt hier so speichern. Und das Wichtige ist allerdings, dass diese .env-Datei über gitignore ausgeschlossen wird. Also das sollte nicht im Git landen, weil diese Informationen sind kritisch. In dem Moment, wenn jemand diese Informationen von euch hat, kann er quasi E-Mails unter eurem Namen verschicken. Deswegen ist das wirklich, wirklich wichtig, dass diese Sachen nicht public sind. Dürfen nicht im Frontend sein. Die dürfen auch nicht irgendwie in eurem Git-Repository sein. Die sollten wirklich nur in so .env-Dateien gehandelt werden. So kann Nux die aber noch nicht wirklich lesen. Deswegen müssen wir bei uns unsere Config noch etwas verändern, nämlich die Nux-Config. Hier haben wir quasi einfach nicht wirklich viel drin. Wir müssen jetzt aber einen sogenannten Runtime-Config-Block hinzufügen. Und hier sagen wir jetzt, wir wollen gerne auf unsere .env-Datei zugreifen. Und sagen hier Mail-Host, beziehen wir aus der Mail-Host Variablen aus unserer .env-Datei und so weiter. Für die anderen auch. Und jetzt können wir nämlich in unserem Nux-Projekt auf die Variablen aus unserer .env zugreifen. Und zum Beispiel, wenn ihr das über, ja, keine Ahnung, Vercel oder sowas hostet, könnt ihr die Variablen, die hier drinstehen, auch direkt über Deployment-Variablen, also dort die Environment-Variablen definieren, um zum Beispiel, wie gesagt, für verschiedene Umgebungen verschiedene Mail-Accounts zu benutzen, sodass man halt debuggen kann als Entwickler und nicht den produktiven Account zumüllt. Prinzipiell können wir jetzt damit loslegen und können jetzt wirklich mal gucken, wie wir E-Mails versenden. So, das Nächste, was wir machen wollen, ist, unseren Notemailer wirklich einzubauen in unsere Schnittstelle. Hierfür sagen wir hier oben einfach Notemailer. Und das Nächste, was wir machen wollen, wir müssen natürlich auf unsere Config-Variablen zugreifen. Also sagen wir Config, Use Runtime Config. Und über diese Funktion wird jetzt unter Config auf unsere Variablen verwiesen. Also config.mailhost zum Beispiel würde uns dann diesen Host zurückgeben. Das ist quasi der Hintergrund hinter dieser Zeile Code. Das ist also sehr, sehr wichtig, um quasi das Nächste zu machen, was wir machen wollen. Und zwar uns einen sogenannten Transporter zu definieren. Das ist quasi ein Wrapper, der uns ermöglicht, später dann wirklich über einen Transportkanal quasi etwas zu verschicken. Dazu rufen wir den Notemailer auf und sagen hier einfach Create und in unserem Fall einfach ein Transporter. Wenn wir das getan haben, können wir hier drin ein Objekt definieren und müssen jetzt diese gleichen Einstellungen treffen, die ihr gerade schon gesehen habt. Nämlich einmal den Host, den Port. Außerdem müssen wir sagen, dass wir uns mit einem Nutzer authentifizieren und wir verweisen hier halt nicht direkt auf unsere Nutzer-Config, sondern halt über unsere Config bzw. Runtime-Config auf unsere rnv-Dateien bzw. dort auf die hinterlegten Informationen. Das Nächste, was wir machen wollen, innerhalb unseres Objektes bekommen wir ja ein Body über Mittel, weil wir haben ja eine Post-Schnittstelle. Das heißt, wir sagen, wir haben erstmal hier ein Body. Den müssen wir bekommen über Await und dann nutzen wir eine Funktion aus Nuxt, nämlich Read Body und hier können wir sagen Event. In dem Moment, wenn wir das tun, kann ich hier einfach über Console Log einfach mal unseren Body ausgeben, speichere das Ganze ab, rufe nochmal kurz unseren Schnittstellen-Tester auf, zack, sage jetzt einmal Senden bitte und wenn ich mir die Konsole angucke, dann sehen wir, dass hier auch unser Body, den ich hier oben ja definiert habe, auch komplett übergeben wurde. Das hat also wunderbar funktioniert. Das Nächste, was wir jetzt machen wollen, ist uns hier drin zu definieren, dass wir wirklich E-Mails schicken können, aber das ist quasi der nächste Step, also weiter geht's. So, das Nächste, was wir machen wollen, ist wirklich eine E-Mail zu verschicken. Das Ganze machen wir hier über Const, Mail und dann verweisen wir auf unseren Transporter, also unseren Transport Layer, den wir benutzen wollen und können hier jetzt einfach eine Funktion aufrufen, nämlich Send Mail. Diese Funktion ist asynchron, also die sendet uns ein Promise zurück, also brauchen wir hier ein Await und wir können damit jetzt natürlich etwas machen. Und zwar wollen wir zwei Sachen loggen. Das ist jetzt einfach nur für dieses Tutorial, das solltet ihr später nicht tun. Und zwar steht hier Consolog Message Send, also wir kriegen eine Message ID, sodass wir debuggen können, dass die gesendete E-Mail auch wirklich die E-Mail ist, die wir uns gerade angucken. Und wir wollen eine Preview-URL, sodass wir uns unsere E-Mail auch angucken können, um das zu debuggen. Das ist quasi dieser Code, der ist 1 zu 1 so aus der Doku von Notemailer und in der Videobeschreibung verlinkt. Ist wie gesagt nur für dieses Tutorial und vor allem für die Entwicklung wichtig, sollte später nicht mehr in eurem Code drin sein oder ihr solltet das irgendwie über eine If-Condition rausrendern, wenn ihr quasi nicht in einem Developer-Modus seid. In dem Moment speichere ich das ab. Hier passiert natürlich noch nichts, beziehungsweise ich muss das auch richtig benennen, das ist nämlich nicht Response, sondern Mail. In dem Moment speichere ich das ab. So, was wir jetzt machen wollen, ist hier unsere Config definieren, das heißt, ich kopiere mir mal hier 5 Sachen rein, nämlich einmal unseren Absender, unseren Empfänger, unser Betreff und natürlich die Nachricht an sich. Unsere Nachricht bezieht sich in unserem Fall auf unseren Body, also sage ich hier einfach Body und wir wissen ja, hier habe ich eine Message, die möchte ich hier unten gerne ausgeben als Text, beziehungsweise im HTML-Bereich und hier auch als Text möchte ich dasselbe. Ihr könnt hier gesagt wirklich HTML verwenden, wenn ihr das alles ein bisschen verschönern wollt. Für dieses Tutorial kopiere ich mir das hier einfach als Text rein, mehr muss ich hier nicht machen und hier möchte ich jetzt gerne das Subject hinterlegen. Hier oben ist der Empfänger, wo es hingeht. Da seid in der Regel ihr und wir haben uns dafür ja in der Config eine Contact-Mail definiert. Die können wir hier also einfach benutzen. Wir sagen also config.Contact-Mail, dahin soll das Ganze geschickt werden und jetzt können wir hingehen und hier oben das noch ein bisschen ausformulieren. Und zwar können wir hier auf unseren Absender verweisen. Das bedeutet also, wir würden gerne auf unseren Body zugreifen und dann hier auf unseren Namen. Außerdem haben wir neben unserem Absender quasi als Namen auch eine Absender-E-Mail-Adresse und das können wir hier oben ebenfalls eintragen, indem wir sagen Body und dann nicht Name, sondern hier auf die Mail verweisen. Wenn ich das Ganze jetzt hier reinkopiere und abspeichere und da muss ich einmal neu starten, Sicherheitshalber, weil in der Regel führt das immer zu Problemen und sage hier einfach npm run dev, starten unseren Server einmal neu. Müsst ihr jetzt gleich hier kurz einmal neu laden. Wunderbar hat funktioniert. Und jetzt kann ich hier hingehen und sage, ich möchte gerne, sobald ich wieder alles sehe, einmal unsere E-Mail ausprobieren, schicke das weg. Es hat irgendwas nicht funktioniert, beziehungsweise doch, es hat alles funktioniert. Hier sehen wir unsere Preview-URL und unsere Message-Send und in dem Moment kann ich diesen Link einmal aufrufen und schiebe mir das mal kurz hier oben in meine Konsole rein und wir sehen hier Subject, dein Betreff, die E-Mail-Adresse und alle Informationen, die ich quasi hier definiert habe, werden korrekt verschickt. Also das Senden einer E-Mail funktioniert schon mal. Jetzt wollen wir das natürlich noch ein bisschen validieren und verschönern und das ist das nächste Kapitel. So, das nächste, was wir machen wollen, ist quasi unserem Nutzer nicht zu vertrauen und deswegen binden wir hier oben jetzt einen Validator ein. Prinzipiell ist nämlich das Ziel zu kontrollieren, dass eine E-Mail nur versendet wird, wenn unsere E-Mail, also die Informationen, die hier eingegeben werden, über E-Mail, Name, Betreff und Nachricht auch wirklich korrekt sind. Um das zu validieren, rufen wir hier jetzt einfach mal eine Funktion auf, die nennen wir Await und dann einfach ist Valid. Hier, das war ein bisschen viel Autocomplete, hier sage ich jetzt einfach, möchte ich mein Body übergeben, aber diese Funktion ist Valid, existiert aktuell noch gar nicht. Die sollten wir jetzt erstmal hier unten einbauen. Deswegen gehe ich ganz hier runter und sage, wir brauchen eine asynchrone Funktion. Diese asynchrone Funktion heißt einfach ist Valid. Die erwartet, wie gesagt, unseren Body und die definiert sich hier oben erstmal einfach einen leeren Array und zwar einen leeren Array, der später unsere Fehler repräsentiert. Was jetzt nämlich passiert ist, wir erzeugen uns eine Condition und diese Condition bezieht sich darauf, hey, gibt es Fehler oder gibt es keine Fehler? Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, hey, hat unsere Fehler Array irgendeine Länge? Dann soll er bitte uns sagen, hey, es gibt Fehler und rejekte bitte unseren Promise und übergebe unsere Fehler quasi an unsere Ursprungsfunktion, sodass das dort gelockt werden kann. Sofern aber alles funktioniert, also keine Fehler vorliegen, dann resolve bitte unseren Promise und gebe uns gleich unseren kompletten Body zurück. Allerdings, das machen wir gerade noch nicht. Hier lassen wir es erstmal leer. Das nächste, was wir hier drin nämlich brauchen, ist eine weitere Condition für jeden einzelnen Fehlerfall. Und sobald dieser Fehlerfall eintritt, möchte ich gerne Errors ansprechen, also unseren Fehler Array da oben und sage hier, okay, dann pushen wir da doch mal ein Objekt rein. Dieses Objekt ist quasi immer gleich aufgebaut, egal was für einen Fehler ihr habt, und zwar einmal ein Field und hier sagen wir einfach mal E-Mail und hier unten sagen wir unseren eigentlichen Fehler, also warum ist das jetzt quasi ein Fehler und wir sagen, hey, das Feld ist required. Um das alles jetzt zu validieren und damit möglichst wenig Arbeit zu haben, können wir auf unseren Validator zugreifen und hier auf eine absolute Vielzahl, wie ihr seht, an möglichen Helferlein, die euren Code validieren. Wir wollen jetzt hier sagen, ist empty, also zack, empty und verweisen jetzt hier auf unseren Body und sagen einfach hier unsere E-Mail. Außerdem, wenn das Ganze nicht definiert ist, dann soll er bitte einfach das direkt als empty annehmen und wenn ich das jetzt so speichere, dann wird das ja hier oben aufgerufen, gegebenenfalls rejected, in dem Moment greift unser Catch und sollte unsere Status Message ausgeben. Wenn ich also hier reingehe und keine E-Mail-Adresse mehr habe und das Ganze absende, dann sehen wir, bekommen wir wunderbar unsere Status Message auch schon zurück, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Also wenn ich jetzt hier etwas anderes reinschreibe, abspeichere und das Ganze nochmal absende, sehen wir, unsere Meldung wird erkannt und wir haben jetzt eine sehr aussagekräftige Fehlermeldung, warum wir hier ein 400er Status bekommen haben. Das alles können wir jetzt natürlich noch für die anderen Felder ebenfalls übernehmen, also können wir das Ganze hier unten einfach viermal reinkopieren. Ich sage jetzt hier, okay, ist empty für Name, Subject und Message. Außerdem wollen wir auch validieren, ob unsere E-Mail-Adresse quasi wirklich eine E-Mail-Adresse ist. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, mache jetzt hier oben mal jeden einzelnen unserer Werte leer und wenn ich das Ganze jetzt abschicke, dann müssten wir hier ganz viele Fehler zurückbekommen, nämlich einmal E-Mail ist required, Name ist required, Subject ist required, Message ist required und auch unsere E-Mail-Adresse sollte eine valide E-Mail-Adresse sein und damit haben wir quasi eine Validierung. Wenn ich das hier jetzt wieder mit Leben fülle und abschicke, dann sehen wir, dass das Ganze hier quasi 404 ist, not found, aber das ist nicht weiter tragisch. Das liegt daran, dass wir hier noch nichts korrekt zurückgeben. So, was wir jetzt hier unten noch machen wollen, ist unsere Daten ein bisschen zu sanitizen, also einmal unsere E-Mail-Adresse zu normalisieren und irgendwelche bösen Charaktere zu escapen, um dann quasi ein sauberes Datenobjekt zu haben, was wir auch per Mail verschicken können. Das machen wir hier oben, indem wir jetzt hier sagen, wo wir es valid aufrufen. Hey, wenn das Ganze abgeschlossen ist, also wenn unser Promise rejected oder returned wird, je nachdem, was da passiert, dann soll bitte mit Data etwas passieren. Das bedeutet, wir schieben alles, was hier drin ist, jetzt einfach mal hier nach oben und hier sagen wir jetzt, statt unserem Body greifen wir jetzt hier überall auf unser Data-Objekt zu. So, und in dem Moment verschicken wir unsere E-Mail nur noch, wenn wirklich etwas funktioniert hat. Was wir jetzt auch noch machen können, ist, wenn natürlich ein Catch vorliegt, also unser Is valid, das Rejected, dann wollen wir hier auch unseren Promise rejecten und das alles wirklich nochmal mit Fehlern zurückgeben. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier reingehe und das Ganze abschicke, dann sollte das jetzt wunderbar funktionieren und wir haben jetzt eine E-Mail abgeschickt. Aber wenn ich, wie gesagt, hier unten meine E-Mail-Adresse irgendwie verfälsche, also irgendwas hier nicht korrekt mache, zum Beispiel lösche ich hier das Ad-Zeichen raus, in dem Moment senden wir keine E-Mail und kriegen stattdessen aber wunderbar einen Fehlercode zurück. Damit haben wir das alles jetzt wunderbar validiert. Was uns jetzt noch fehlt, ist noch ein bisschen Nutzer-Feedback und wirklich, dass wir die E-Mail-Adresse, also dass wir das abschicken können. Das kannst du ja immer noch nicht. Wir haben das bisher immer nur mit so komischen Fakern gemacht und nicht wirklich über unser Formular. Das müssen wir jetzt natürlich noch machen. So, das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich das Handling unserer UI. Und das Erste, was wir machen wollen, wenn wir unser Formular absenden, wir würden gerne den Status auf Waiting setzen, sodass hier in unserem Button Laden angezeigt wird. Das Nächste, was wir machen möchten, ist die Fetch API zu nutzen, um unseren Request zu definieren. Das machen wir einfach über WaitFetch. Hier erwarten wir dann unsere URL, unserer Schnittstelle und das ist in unserem Fall einfach Localhost API und dann Contact. Und hier möchten wir natürlich jetzt unsere Methode festsetzen. Das ist in unserem Fall Post, weil so haben wir unsere Schnittstelle definiert. Außerdem wollen wir unseren Body übergeben. Das ist halt das Formobjekt, was wir hier oben reinreichen. Und das Nächste, was wir machen wollen, ist zu sagen, was passiert, wenn das Ganze erfolgreich war. In dem Moment, wenn das Ganze erfolgreich war, würden wir gerne einmal sagen, bitte zeige uns keine Fehler an. Das Nächste ist, bitte zeige uns unsere Erfolgsmeldung. Und in jedem Fall lösche bitte einmal unseren Waiting-Status raus. Außerdem wollen wir gerne unser Formular zurücksetzen. Das machen wir einfach über sys.form und sagen quasi dieselben Werte wie hier oben, wenn wir das Ganze initialisiert haben. Wenn wir das Ganze abspeichern und ich hier reinschreibe test at test.de und hier etwas reinschreibe und das abschicke, dann sollte das auch funktionieren. Wunderbar, hat geklappt. Und wenn ich mir das Ganze in unserer Konsole angucke, sehen wir auch hier, wir haben unsere Return-Mail. Allerdings ist mittlerweile mein Zugang wohl abgelaufen. Deswegen kriege ich jetzt hier diesen Fehler. Sollte aber wieder ohne Probleme funktionieren, wenn man sich etwas Neues erstellt. Das Nächste, was wir machen, ist, wenn das Ganze natürlich nicht erfolgreich war. Dafür definieren wir uns hier unten wieder einen Catch und sagen, okay, wenn das Ganze nicht erfolgreich war, dann nehme doch bitte genau diese drei Variablen hier. Sage aber, bitte zeige unseren Fehler an. Zeige unseren Success nicht an. Aber in jedem Fall auch wieder löscht das Waiting raus. In dem Moment speichere ich das Ganze ab und damit sind wir auch schon fertig und am Ende dieses Videos und wir haben ein komplettes Kontaktformular gebaut. Wenn ihr mehr solcher Videos wissen wollt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne mal Feedback da. Das war ja das erste Backend-Partial-Video, was ich seit Ewigkeiten gemacht habe. Schreibt doch einfach mal, ob euch das gefällt und ob ihr in Zukunft mehr Interesse an solchen Videos hättet. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Ansonsten könnt ihr mich da auch supporten und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao! Bis dahin, viel Spaß!